Hallo liebe Leute, willkommen zum neuen Video und dabei ist wieder Enzi. Enzi ist er. Ja. Hallo. Und ihr wisst, beim letzten Video haben wir gegen Monster gemacht und jetzt, wir wissen noch nicht ganz, vielleicht machen wir dieses Mal, also jetzt, eine Handklatsch-Challenge. Die Handklatsch-Challenge, wie man sich in Minecraft so, also Handklatsch gibt. Und der, wo als erstes hier rote fällt, hat verloren. Ohne Rüstung. Danke, danke, danke. Deine Lächel war doch im Weg. Ja, Moin, du bist so schwer, das ist so schwer. Warte schnell. Warte schnell. Wir machen ihn hier fertig. Und... Rüstung rausziehen. Ja. Tun wir alle Waffen hier rein. Tun wir alle deine Waffen hier rein. In meine Träume. Ja. In meine Träume. So, so, so. So, so. So, so. So. Aber die Maske fällt nicht an. Das war die YouTuber-Maske. Etza hat keine... Also, Enzi, Enza hat keine. Nein, dumpling. Warte jetzt. Mäule. Hey, was machst du? Ey, was? Was machst duuu? Und ... Enzi, Enza würde sich eigentlich noch gerne vorstellen. Stell dich mal vor. Ist gut? Ich bin Entschuldigung. Blablabla. 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 Warte schnell. Was raus tun? Ui! Warte! 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 Warte rein. Nein, warte. Zuerst halte ich mich. Jetzt kannst du nicht wartet, bis ich mich halte. Ja, und es würde mich sehr freuen, wenn ihr noch ein kostenloses Abo da lässt und ein Abo, also ein Abo plus die Glocke aktivieren und dann noch ein Daumen hoch. Macht das für den Kunden, Nancy, Etta, macht das für ihn und ich halte mal auf. Ja, nein, nein, das ist Betrug, das ist Betrug, das ist Betrug, wenn du mich jetzt kirst, dann gilt es nicht. Das ist Betrug. Wenn du mich kirst, dann gilt es nicht. Nein, das gilt es nicht. Das ist Betrug. High five, zeig uns jetzt. Ja! Nein, dieser Punkt gilt es nicht. Du hast geschummelt. Dieser Punkt gilt es nicht. Dieser Punkt gilt es nicht. Und schaut auch einmal vorbei beim Kanal von Ich wette, du schaffst es nie. Und bei Wolf, sie machen halt auch coole Songs. und Kapital Bra, Mero und Ferro 47. Welches Lied ich von, 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 für, Befehle ist, ist... Mach jetzt einen High Five auch! Nein! Es geht nicht. Dann tut es gut. Okay, die High Five Challenge ist fertig. Nein, bitte. So, jetzt! Nein! 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 Es ist vorbei, Jada! Es ist vorbei und es ist unentschieden. Und jetzt, warte, komm! Zeigen wir euch noch unsere Welt. Das ist unsere Villa. Schreibt in die Kommentare, wie es sind. Die einzige Baukabier. Die einzige Baukabier. Wie findet ihr die? Dann noch dieses Baumhaus. Ein Pro- und Du-Bauhaus. Und hier noch ein kleines Heuchel. Wo ich einfach als Spaß gemacht habe. Ja, und hier noch ein Bad. Und hier ist unser Garten. Und den habe ich ganz alleine gebaut. Ihr könnt ihn auch nachbauen. Der ist ganz einfach. Einfach. Einfach so, wie ihr ihn da seht. Baut ihn so, wie ihr ihn da seht. Ich ziehe mal kurz die Rüstung wieder auf. Also, ich brauche eine neue Rüstung. Die Rüstung wird fast kaputt. Ich fühle fast kaputt. Komm, mach dir eine. Hä? Hä? Ich komme. Und auch noch mein Crazy Frosch. Der macht auch noch coole Videos. Und, ja. Ich schaue auch noch bei Crazy Frosch. Ich schaue auch noch bei Crazy Frosch. Crazy Frosch. Ich schaue auch noch bei seinem Kanal mal nach. Und bei Eminem. Der macht auch coole Videos. Und, ja. Da würde ich mal sagen. Und, ja. Das nächste Video wird vielleicht wieder von Minecraft. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht wird es aber auch etwas anderes. Und, ja. Ja. Etsy, hast du ihm noch etwas zu sagen? Ähm. Nein. Bei ihm nicht. Ja. Das ist meine Nintendo Switch. Ja. Das ist einfach. Ich glaube. Einfach. Bei ihm fehlt noch Fortnite. Dann hat er alle Spiele. Wo er braucht. Wui. Ja. Ja. Und, ja. Und auch bei Juli Bam. Möchen in Asozial. Das ist auch noch cool. Möchen in Asozial. Ist auch noch cool. Und wie ihr seht. Elche mit Ili Balani. Ja. Ja. Und ihr müsst noch bei Dings. Wie heißt der noch mal? Crafting Pads. Nachschauen. Weil der ist auch ein coole. Ja. Und bei Aerozul. Nadine. Bei Aerozul. Der ist auch geil. Ähm. Beim letzten Video. Hab ich doch nicht so viel geredet. Aber. Heute mal. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Rede ich mal. Weil er redet nicht so viel. Also er redet nicht gern. Weil. Ich. Ja. Nicht gern rede. Und weil ich nicht will. Dann kommen alle Zuschauer. Und alle Fans zu mir. Und dann wissen die meine Stimme. Und ich. Muss dann überall. Also. Ja. Ein Foto machen. Oder so. Und das hab ich nicht gern. Ja. Und. Bitte. Abonniert. Auch. Den Kanal. Von. Mir. Das würde mich. Auch. Sehr gut. Freuen. Also würde mich. Auch. freuen. Ey. Etsy. Komm mal. Du musst dir einen blauen Teppich hin tun. Oh. Ich hab ihn. Oh. Ich hab ihn. Warte. Ich mach's schnell. Jetzt. Ich geb's. Es werden es. Ich geb's. Ich geb's. Untertitelung des ZDF, 2020